Servus, heute im Test gibt es Trust Onyx, ist ein Mikrofon mit Boomarm für knapp 200 Euro, wobei ich habe es schon bei Amazon 580 gesehen, mit RGB-Beleuchtung, im Boomarm eben integriertes Kabel, plus eben hier schon, wie ihr sehen könnt, eben Kabel, das ihr eben direkt am Mikro habt, das heißt, das ist sehr, sehr flexibel nutzbar. Schauen wir uns das da ein bisschen genauer an. Bevor wir jetzt zu dem Mikro und dem Boomarm kommen, kurz noch ein Wort zu dem USB-Kabel. Es ist ein 40 cm langes Kabel mit USB-C an einem Ende fürs Mikro und USB-Typ A für den 2-Port USB-Hub am Boomarm. Das Ganze angeschlossen sieht dann in etwa aus wie folgt. Könnt ihr das Ganze dann drehen, ohne dass das Kabel irgendwo in die Kurhe kommen könnte. Hätte ich es vielleicht ganz praktisch gefunden, hätte man den USB-C-Port vielleicht unten gehabt oder oben, mit einem noch kürzeren Kabel, dass das Ganze noch cleaner ist. Wieso das jetzt genau so gewählt wurde, wissen wahrscheinlich nur die Entwickler selber, aber sei es wie sei, es ist immer noch eine deutlich elegantere, cleanere, praktischere Lösung als viele andere, die ich bisher so hatte, gerade eben, wenn man bedenkt, dass ja hier ein integriertes USB-Kabel mit noch einem 2-Port USB-Hub ist. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal das Mikro ein bisschen genauer an, schieben dafür allerdings mal kurz den Boomarm weg. Und da haben wir einmal die Spinne, die eben hier noch flexibel einstellbar ist. Das Ganze kann man natürlich auch festziehen. Das Ganze ist zwar aus Plastik, aber macht von der Entkopplung, wie ihr in der Demo sehen werdet, könnt noch einen guten Job. Hier haben wir einen Genregler, der geht von knapp 7 Uhr bis knapp 5 Uhr. Ist ein, ich würde mal sagen, ein bisschen billig anfühlender Plastikregler, aber er tut seinen Job und so oft macht er das ja nicht. Und das ganze Mikrofon selber ist ja auch aus Plastik, wo ich jetzt kein wirkliches Problem habe, denn in der Regel fasst er so ein Mikrofon ja nicht an und wenn es sich jetzt edler anfühlt, ist es schön, aber absolut kein Must-Have. Ansonsten gibt es noch den Pop-Filter, hier seht ihr noch den ganzen Rest. Kommen wir kurz noch eben zu den restlichen Bedienelementen, wie zum Beispiel dem Lautstärkregler für den Direct Monitoring, also Low Latency Ausgang für den Kopfhörerausgang. Dann eben USB-C-Port. Und wenn das mal angeschlossen ist, können wir mit dem Schalter unten dann auch durch die verschiedenen Farben durchgehen. Die Farben werden jetzt hier im Video nicht ganz so korrekt dargestellt, aber das hier wäre Türkis, das hier wäre Blau. Dann, hier hätten wir es mit Lila zu tun, ich weiß, es sieht auf dem Video ein bisschen eher aus wie Weiß. Hier Pink, dann noch eben, ja, was ich glaube gelb sein soll, aber auch so einen leichten Grüntouch hat. Es gibt aber noch ein richtiges Grün und dann sind wir auch wieder bei Türkis. Ansonsten wäre es das gewesen, gibt es da auch nicht zu beanstanden, das passt so. Kommen wir jetzt allerdings eben zum, für mich schon kleinen Highlight, das wäre der Boomarm. Denn der ist wirklich sehr, sehr stabil aufgebaut. Einmal hier diese Einheit mit eben dem auch integrierten Kabel. Das ist dann 1,40 Meter lang. In meinem Falle, da mein USB-Port hier ist und eben das Ganze am Boomarm angeschlossen, dort ein bisschen zu kurz. Allerdings ist es ein festes, vielleicht ist es nicht so flexibel, aber wirkt hochwertig, wird einiges abkönnen. Und die Einheit selber, an der das Ganze festgeschraubt wird, ist schön aus Metall, sehr, sehr stabil gewählt. Also das gefällt mir sehr gut. Seht ihr die hier, ich kann es euch noch ein bisschen genauer zeigen, also schön fest. Auch hier eben gummiert, damit ihr euren Tisch nicht irgendwie beschädigt. Das Ganze gut einschaut, aber eine große, breite Basis, unten wie auch oben. Hier könnt ihr das Ganze festziehen, dass es fest ist, passt sehr gut. Ansonsten hier der Boomarm, auch der hier eben zwei Port USB hat. Das Ganze ist dann hier in der Achse verstellbar. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, eben das Mikrofon zu befestigen und auch eben festzulocken, was ich sehr, sehr praktisch finde. Dadurch habt ihr sehr, sehr viel Flexibilität. Also einmal die Möglichkeit, das hier zu bewegen, dann das hier zu drehen, plus noch hier. Also die richtige Position für das Mikro findet ihr auf jeden Fall. Und das findet ihr auch eben mit diesen einstellbaren Rädern. Denn zum Beispiel hatte ich bei meinem Blue Compass das Problem, dass ich nur sehr, sehr schwere Mikrofone nutzen könnte. Denn wenn die zu leicht waren, war das Ganze hier von der Spannung zu fest und mir hat es leichte Mikrofone einfach hochgehoben. Aber das ist ein sehr, sehr leichtes und ich kann alles eben so festziehen, dass es eben in Position bleibt. Das kann allerdings auch problemlos deutlich schwerere Mikrofone aufnehmen. Aber es ist leider ja sowieso einzeln nicht erwerbbar. Ansonsten haben wir eben dreimal dieses Scharnier, das man anziehen kann. Also einmal hier unten mit eben dem Ding, das dann hier eingesetzt wird. Das Ganze, wie gesagt, kann man dann eben festschrauben. Hier kommt das Kabel raus. Da kann man festziehen. Da kann man es dann biegen. Und da auch noch. Also absolut flexibel. Es ist jetzt zwar gefühlt, doch es ist sogar Metall, obwohl ich glaube ich im Video später noch Plastik sagen werde. Also das ziehe ich jetzt im Vorfeld schon mal zurück, aber es ist relativ leicht. Aber das Gute ist, es klirrt nichts. Also natürlich hört ihr das jetzt, weil die Schraube locker ist. Also selbst das wäre jetzt schon weg. Und es verursacht halt keine Klirr oder Bassgeräusche. Aber das Ganze werdet ihr in der Demo sehen. Von daher, das Einzige, was ich jetzt noch sagen möchte, bevor wir zu den Tests kommen, ist, dass mir der Formfaktor hier vom Design sehr gut gefällt ist. Denn es hat so ein bisschen Design von dem Schuh SM7B, also eins, wo ihr vorne reinredet. Denn alle anderen Mikrofone, die ich habe, und es ist gut ein Dutzend, rede ich im Prinzip hier rein. Und ich wollte schon immer eins, wo ich das so machen kann. Allerdings sind es günstiger mit auch einem Boomarm. Und das ist eine Optik, die ihr nicht oft, gerade in diesem Preisbereich, eben auch mit Boomarm bekommen werdet. Also wer danach sucht, und gerade noch RGB-Beleuchtung, wobei RGB ist es nicht, aber sechs Farbenbeleuchtung, für den können es was sein. Aber dazu müsst ihr halt wissen, ob es eben auch klanglich für euch passt. Und dafür gibt es die Demos jetzt. Let the tests begin. Wie immer laufen die Demos hier komplett pur, aber also keine Kompression, kein Filter, kein Sonstiges. Lautstärke der Windows ist auf 40% eingestellt, am Mikrofon selber auf 9 Uhr, wobei 7 das Minimum ist und knapp 5 Uhr das Maximum. Das heißt, sehr, sehr gering. Testen wir jetzt mal das Grundrauschen. Und machen direkt weiter mit den Handlingsgeräuschen am Boomer, an der Spinne, am Mikro, am Popschutz und mit ein bisschen Hämmern auf dem Tisch. Ansonsten testen wir jetzt mal die Plosion. Und dafür nehme ich mal einmal den Popschutz weg und sage, Peter Panik, Pump Power, Peter Panik, Pump Power. Und jetzt das Ganze mit. Peter Panik, Pump Power, Peter Panik, Pump Power. Jetzt checken wir noch das Keyboard. Mikrofon ist direkt darüber, also jetzt könnt ihr das abschätzen, wobei ihr versuchen solltet, mit einem Keyboard eigentlich hinter das Mikrofon zu kommen, weil es dort ja die Geräusche am besten ausfällt. Und das möchte ich jetzt mal kurz zeigen mit einem rosa Rausch, indem wir mal einmal ums Mikro gehen. Einmal noch um die andere Achse. Und weiter machen wir mit eben dem Proximity-Effekt. Gehe jetzt mal so knapp 5 Zentimeter ran. Jetzt bekommt ihr ja die berühmte, berüchtigte Voice of God. Alles klingt ein bisschen voller, ein bisschen spektakulärer. Aber für die meisten Podcasts oder Streams werdet ihr so knapp 20 Zentimeter entfernt sein. Könnt ihr jetzt relativ gut einschätzen, wie das eben klingt, wenn ihr das so eben nutzen wollt. Wie ich allerdings meine Mikrofone nutze, im normalen Einsatz ist eine Distanz von 40 Zentimeter. Wobei ihr das mit dem Formfaktor wahrscheinlich eigentlich nicht machen werdet. Aber jetzt könnt ihr auch das grob einschätzen. Oder maximal mögliche Distanz für mich so knapp einen Meter. Allerdings ist das keine Distanz, die ihr mit so einem Mikrofon oder auch mit jedem anderen nutzen solltet. Komme ich jetzt noch ein bisschen näher. Und würde sagen, ich gebe euch noch ein paar Sekunden, damit ihr das Tonal ein bisschen besser einschätzen könnt. Damit ihr vielleicht irgendwas bemerken könnt, was euch eben tonal gefällt oder eben nicht. Und ich höre mir das Ganze jetzt nochmal mit Kopfhörern ein bisschen genauer an und gebe euch meine Meinung dazu im Fazit. Bis gleich. Ja, nachdem ich mir die Demo jetzt mit Kopfhörern genauer angehört habe, wobei ich das Mikrofon natürlich im Vorfeld noch deutlich mehr genutzt habe, sieht meine Meinung aus wie folgt. In Sachen Grundrauschen, es ist vorhanden. Es ist allerdings auf einem ganz normalen USB-Niveau. Das heißt leicht hörbar. Allerdings auch leicht mit jedem möglichen Filter nachhinein oder auch über OBS direkt eben behebbar. Wobei mir aufgefallen ist, dass wenn ich über den Boomarm gehe, da manchmal ein ganz leichtes, hochfrequentes Zoom-In hörbar ist. Was nicht der Fall ist, wenn ich mit einem Kabel direkt reingehe. Deswegen glaube ich, liegt das am Boomarm. Es ist allerdings mit Lautsprechern, wenn ihr das Ganze abhört, überhaupt nicht hörbar. Und selbst mit Kopfhörern müsst ihr da ganz, ganz genau hinhören. Wenn ihr allerdings eben, wie schon erwähnt, die Rauschhundendrückung aktiviert habt, dann ist davon nichts mehr wahrzunehmen. Aber es wäre definitiv schön gewesen, wenn es eben nicht der Fall gewesen wäre. Ansonsten der nächste Punkt, Handlingsgeräusche. Also da macht der Boomarm wirklich einen super Job. Denn natürlich hört ihr die Tab-Geräusche, aber ihr hört sie eben nicht übertrieben boomy oder mit irgendeinem Federgeräusch, wie es zum Beispiel mit einem billigeren, wie mit dem Tonner ist, das ich ja schon mal getestet habe. Auch mit einem Tisch. Also ich kann auf dem Tisch rumhämmern und ihr hört natürlich das Hämmern. Aber ihr hört keine übertriebenen Brummgeräusche. Also das wird sehr, sehr schön abgeführt. Und natürlich auch in Verbindung mit der Spinne. Und da muss ich sagen, macht es einen wirklich guten Job. Und das ist eben der Punkt, wo ich eben voll überzeugt bin von dem Boomer. Der nächste Punkt, mit dem ich auch voll überzeugt bin, das wäre der Pop-Schutz. Denn der macht einen sichtbaren, oder besser gesagt hörbaren Unterschied, was jetzt in der Demo gar nicht so rüberkam. Weil wenn ihr direkt da reinredet mit Plosion, dann hört ihr diese P-Geräusche deutlich mehr. Ich war da nicht perfekt auf Axis, wobei das sollte man ja nicht, das sollte da eher auf Axis gehen. Aber gerade bei dem Pusten habt ihr gemerkt, dass der Filter schon ein ganzes Stück geholfen hat und da wirklich effektiver ist, als sogar manch andere teurer, die ich bis jetzt schon hier hatte. Ansonsten Proximity-Effekt typisch. Also seid ihr näher dran, klingt es voller, ein bisschen spektakulärer. Geht ihr weiter weg, dünnt das Ganze aus. Nimmt allerdings auch ein bisschen Raum mit. Und das ist eine Sache, die ich bevorzuge. Deswegen so 20 cm finde ich sehr, sehr schön, weil es dann eben nicht zu sehr Voice-Over-haftig klingt, was ich persönlich ein bisschen unnatürlich finde. Und das Ganze natürlich auch bei einer Meter Entfernung, wo ihr es sowieso nicht nutzen würdet. Ansonsten bei dem Test drumherum, und das habt ihr auch bei dem Keyboard gemerkt, also gerade wenn ihr mit dem Keyboard auf dieser Achse seid und drumherum geht, filtert es den Sound nicht so stark, aber das heißt, es hört man stark. Geht ihr mit dem Keyboard eben hinter das Mikrofon, funktioniert das Ganze schon deutlich besser. Also da wäre es mir recht gewesen, wenn es vielleicht den Sound hier besser abgefiltert hätte können. Aber normalerweise seid ihr näher dran und mit dem Keyboard ja weiterverfahren sollte es klappen. Aber auch andere Mikros verhalten sich da nicht wirklich anders. Und tonal, muss ich sagen, gefällt mir das Mikrofon sehr gut. Ich persönlich mag einen Klang, der obenrum noch ein bisschen frischer, klarer ist, ein bisschen dynamischer, was das ja nicht ist. Aber dadurch, dass ihr eben bei dem näher dran seid und eben wahrscheinlich lange streamen wollt oder lange eben Podcasts führen wollt, wollt ihr dieses Schrille teilweise nicht, wollt ihr was eher Angenehmes. Und deswegen ist ja zum Beispiel auch das Shure SM7B so beliebt, weil es da ein bisschen softer ist. Das heißt, ihr könnt hier sehr, sehr lange zuhören, ohne dass ihr angestrengt seid. Und da ich allerdings Videos so im 10-15-Minuten-Bereich mache, wo das jetzt nicht so eine Rolle spielt, mag ich es persönlich, das allerdings natürlich persönlich, einfach ein bisschen klarer. Aber das ist relativ neutral. Mir gefällt es im unteren Bereich, weil es jetzt nicht übertrieben passig wird. Auch gerade, wenn ihr näher dran seid, bleibt das alles noch schön tonal bestehen. Also ihr könnt da ein bisschen weiter oder näher rangehen, ohne dass da jetzt ein zu großes Shift dran ist. Und ansonsten im Mittenbereich schön klar, das könnt ihr vielleicht noch ein bisschen höher aufklösen und noch ein bisschen klarer. Aber gerade in der Preisklasse von Mikrofonen, wo wir reden, würde ich mal sagen, sind die alle auf einem so ähnlichen Level. Die geben sich 5% plus minus. Und auf das bisschen kommt es mit Sicherheit nicht bei einem Streamer, wo ihr noch sonstige Geräusche habt. Oder auch bei einem Podcast, wenn ihr da noch sowieso Filter drüber laufen lässt, Kompression und so weiter. Und deswegen verstehe ich auch gar nicht, weil es in dem Bereich so viele verschiedene Mikrofone gibt, die mehr oder minder, würde ich mal sagen, nahezu gleich klingen. Und selbst wenn das jetzt, würde ich sagen, auf der Skala weiter unten wäre, ist die so eng, dass ihr das komplett vergessen könnt. Von daher, wenn ich zum Fazit komme, für einen Preis von 200, muss ich sagen, ist es absolut fair, weil der Boomer halt wirklich gut ist, das Mikrofon sauber ist. Ich finde es eben praktisch, dass ihr das Kabel hier dran habt. Das heißt, ich kann den Boomer am Bewegen, bin ich irgendwie durch ein Kabel blöd gesperrt. Wobei das Kabel halt für meinen Einsatz, weil ich eben meinen USB-Port hier habe und den Boomer hier vom Kabel ein bisschen eingeschränkt bin, müsste ich eine Verlängerung nutzen. Würde ich gerne verhindern, aber wenn ihr das eben besser umsetzen könnt, dann passt die ganze Sache. Und dann ist das Ganze fair. Allerdings habe ich es schon bei Amazon für 180 Euro gesehen, wo es preislich natürlich noch besser wird. Würde ich allerdings sagen, so 150, dann könnte man schon von einem Schnäppchen reden. Denn so ein Mikrofon in der Art kostet so zwischen 110 bis 130 Euro. Und ein, ich würde mal sagen, Einsteiger-Boomer kostet 25 bis 30 Euro. Allerdings, wie schon bei dem Tonner, was ich ja im Test gezeigt habe, haben die diese Probleme, dass die diese Vibration deutlich stärker aufnehmen. Oder auch eben teilweise andere Bassgeräusche und so weiter. Das habt ihr hier halt nicht. Und diesen Boomer könnte man einzeln locker für 50, 60 verkaufen und es wäre immer noch ein sehr, sehr günstiger. Denn ein wirklich guter, das hat jetzt von Rode zum Beispiel, kostet 100 Euro. Da wärt ihr hier drunter. Habt allerdings den Vorteil, dass ihr hier noch eben einen USB-Port extra habt. Das Ganze anschließen könnt. Das Kabel schon integriert habt und ihr eine sehr, sehr cleane Lösung habt, die eben auch aus Plastik ist. Was ich ganz gut finde. Denn Metall hat eher die Tendenz zum Klirren, was bei Plastik eben nicht der Fall ist. Zumal ist das Ganze relativ schön flexibel. Auch mit der Spinne selber hier, mit dem ganzen Mikrofon, könnte das wirklich sehr, sehr feinfühlig einstimmen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr praktisch. Deswegen wird es wahrscheinlich in Zukunft auch mein Podcast-Mikrofon, weil es, ja, schön schnell aus dem Weg ist. Wenn ich es nicht brauche, aber dann eben flexibel, nur eben nutzbar ist. Von daher, schönes Mikrofon. Preislich, wie gesagt, absolut fair. Wenn es noch unter 180 kommt, was ich erwarte mit der Zeit, dann wird es halt preislich eben nur noch besser. Aber wer halt eben, ja, kein Boomer braucht, der hat ein bisschen Pech gehabt. Wer allerdings den Boomer will und schon ein Mikrofon hat, halt auch. Und deswegen hätte ich es wirklich sehr, sehr schön gefunden. Hätte man diesen Boomer, der halt wirklich gut ist, eben noch einzeln verkauft. Aber nach Anfrage eben bei Trust scheint es nicht der Fall zu sein. Vielleicht ändert mein Video auch was dran. Und wenn es der Fall ist, dann könnt ihr euch bei mir bedanken. Ne, aber ansonsten bedanke ich mich für das Zuhören bei euch. Und wenn ihr mir bedanken wollt, vielleicht mit einem Like, einem Abo und eventuellen Kommentar. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.